Mir gefällt es bei der Firma Shop zu arbeiten, vor allem im Serviceteam, weil ich da immer wieder auf etwas Neues treffe. Wir sind jetzt gerade bei einer Sanierung und da bin ich jetzt auch vor Ort, um mit den Leuten Probleme anzuschauen, die es gegeben hat. Und ich finde es einfach schön, weil es ein super Team ist. Wir sind ein kleines Team, aber wir gehen auch auf grössere Baustellen und bewältigen auch diese.